hallo meine freunde da sind wir wieder bei green acht ich muss hier die prüfung des glaubens ablegen und dabei muss ich hier still und heimlich an denen vorbei hier guck mal einer an und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also heißt das, ich könnte dann da eigentlich den hier wegschnitzeln, da unten, also auf den Warten hier, den wegmachen. Ich kann die nicht beichern. So, und der traut sich nicht weiter. Ich werde den leben lassen. Hm. 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 Oh. 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 Das ist das Gute mit dem Rauch. Ja, wissen wir wohl lang. Aber man sieht das auch anhand den Gegenständen, die da auf dem Boden liegen. Oh. 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 Oh Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, ich hab's. Hier rum oder da rum. Oh. 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 Ich hab's geschafft. Das war sogar recht easy sogar noch. Ja, nur noch, ne? Also ich könnte wetten, da kommt noch irgendwas. Oh. Oh, ich habe vergessen, wo die große Halle war. Speichern wäre in dieser Situation nicht möglich. Haha, super. Ich bin gerade ehrlich gesagt so nervös, dass ich mir sogar eine rauchen könnte. Aber da ich aufgehört habe zu rauchen, mache ich das nicht. Leute, das ist echt schwer. Da kann ich euch nur sagen. Oh, halt, stopp. Da sollst du nicht hin, aber da ein, hallo. Schön, die Injekten, ah ja. Oh, da oben, das hier, das würde mich mal interessieren, was da kommt noch. Mann, 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 Leute, ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Das geht nicht, ich kann nicht beischauen. Ich verlasse den Tempel, das war, siehst du, ich wusste, warum ich hier, ähm, warum ich mich hier drin versteckt habe. Ich wusste es. Ich habe mir gedacht, dass diese Pappnasen jetzt hier antanzen. Wie, du guckst hier rein. Oh Mann, das ist doch nicht mehr fair. Ja. 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 Ich kann nicht speichern. So, die warte ich jetzt noch ab. Dann, sobald die sich umdrehen hier, die zwei Pappnasen hier vorne und die hier vorbei sind, werde ich hier raus marschieren. So, die haben sich mal umgedreht, bin ich gespannt. Na, sauber. Wenn Revenge der Dich best served cold, werde ich eine fucking Icicle auf ihre Arsch und es nach vorne gehen. Da wäre ich Dich auch, ey. Da schnarr ich Dich mal. Kann ich hier speichern jetzt endlich? Ich kann immer noch nicht. Oh nein. Das ist doch bestimmt die letzte Etappe hier. Wo muss ich denn hin? Ach, da oben. So. Oh Gott, hier gibt es nichts mehr, wo man sich verstecken könnte. Alles klar. Ich komme eher auf die Lampe. Genau. Um dann von hier aus nicht mehr weiter zu wissen. Scheiße, ey. Könnte von Tür zu Tür. Ich habe es nicht fest. Ich habe es nicht fest. Ich habe es nicht fest. Uah! hier muss da irgendwas sein wahrscheinlich in dem raum hier das ist schlimm dass man hier nicht speichern kann und was brauche ich das überhaupt ok no fucking way was das denn oh boah er hat dich festgehalten da ok das heißt ich muss irgendwas noch betätigen und das ist natürlich scheiße oh man ey ich glaube ich muss ganz hinten rum nochmal durch bei der guckt die ganze zeit in die richtung ich habe keine ahnung keine ahnung hier hier Oh, come on. Oh, come on. Oh, ey, meine Herren, das ist... Das Letzte ist so richtig brutal. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr. Kann ich noch was herstellen? Guck on. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr. Ach, guck mal, da ist ja noch mehr. Da ich bis jetzt noch nicht gestorben bin, das ist schon echt der Hammer. Hier ist auch nichts drin, das ist sehr gut. Ist hier wenigstens oben offen? Hier ist keins. Oh, da oben. Boah. Da ist offen. Boah, die Segen. Oh, ich würde die so gerne speichern. Und... Halt, wo willst hin? Hallo. Oh, nein, ey. Ich ahne, sowas von Schlimmes. 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 Oh, Leute, ey. Oh, Leute, ey. Ich hab's geschafft. Ohne zu sterben. Guck, was jetzt noch kommt. Komm, jetzt raus. Easy, jetzt. Next time, my knife will be aimed at your head and not the rope. Ich hätte bereits undone the knot. Every time our paths cross, a Goblin gets it. So excuse me for not trusting. Lissrel kann control creatures of Amber. Oh. Ja, all. You might be an exception, but she'll always know where you are. Shit. I can forget about my hideout. So, also ich fand diesmal, ich war richtig gut. Also den letzten Teil zumindest, aber ich bin so fertig mit der Welt. Okay, 1045 Fähigkeitspunkte habe ich gekriegt. Herr Dedrits Flaggschiff, äh Flugschiff. Das verbinden, verbinden wir uns sogar mit so einem Elfen. Wenn das mal nicht in die Hose geht. Aber erstmal kann ich hier alles upgraden. Hmm. Hmm. Okay, das reicht. Ach ja, die schmisten Kluft lasse ich an. Stimmt, warum kann ich das? Warum habe ich das ja die ganze Zeit nicht gemacht? Ich voll fast. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. So, da oben ist sie. Was ist denn das mit Hilde drin? Mit der Zuckermaus. Wenn ich das richtig habe, die Elves sind konsumieren Amber, und Lisserell ist sie in die Fanatical Slaves. Exactly the kind of shitty side effect that I've seen before and that I'd like to get rid of. The alliance with the Dwarfs has allowed Lisserell to obtain the Amber that she's using to subdue my people. Breaking that fragile union will free them and prevent Lisserell from getting her hands on you again. Alright, you got my attention. Keep talking. The Dwarf Ambassador is still in Korangar. Let's make it look as though Maolank was his assassin. I noticed that she carries a very nice dagger on her belt. The sacred dagger. Perfect. You should find it in her personal quarters. Once I borrow it, I'll stick it in the Dwarf Ambassador's back without being seen. What's your role in this story, partner? My job is to get information about the exact location of the reserves of Amber. I still have some contacts in Korangar. In that Heiligtum. I'm excited. It should actually be the last mission to be. I could imagine. And the will it very in itself have. I'm convinced. There will be another special experience. I'll have a drink of a drink, so long it's still there still is. I believe, has that game on now? No. So, mal gucken, was hier jetzt abgeht. I think it's still there. Knights. I don't think they came here for the dancing. Der High Priestess Lissaral fragt, ob die Dagger sicher ist. Es ist. Es war. Warum diese Frage? Die Jungen. Sie haben nicht den Goblin gefunden. Liodge. Was ist das wohl heißen? Muss ich mal googeln. Liodge. Ich hab's dir nicht so richtig genannt. Malak ist pustet, aber nicht pustet genug. Ja, ich hab's gehört. Ich darf nicht entdeckt werden. Das heißt, ich muss ganz nach oben kommen. Irgendwie. Ohne gesehen zu werden. Aber das, meine Leute. Liebe, 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 liebe eins. Das werde ich dann in der nächsten Folge machen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.